Damit begrüße ich dich zu einem weiteren Video. Mein Name ist Marco und heute gibt es mal wieder ein langersehntes Video. Mich haben viele Nachrichten auf Instagram erreicht. Es lag einfach bei mir daran, dass zur Jahresumstellung und jetzt zum Januar ich mein Abitur geschrieben habe, also jetzt die drei schriftlichen Prüfungen bei mir in Rheinland-Pfalz hinter mir habe und jetzt nur noch das mündliche Abitur vor der Tür steht und dementsprechend ich ein bisschen mehr Zeit wieder habe und auch durch Corona wieder zu Hause sitze, also im Homeoffice oder im Homeschooling und dementsprechend jetzt die Zeit nutzen werde, um ein paar Videos nachzuholen, die in den letzten Wochen einfach nicht kamen, einfach aus zeitlichen Gründen und in meinem Shop hatte ich die Umstellung von Kleinernehmerregelung auf Regelbesteuerung, was auch wieder ein bisschen Aufwand mit sich gezogen hat und natürlich die ganzen Steuererklärungen, den ganzen Spaß, der muss natürlich auch gemacht werden. Dementsprechend habe ich jetzt aber die Zeit gefunden, mein Depot aufzubereiten, das heißt alle Daten aus Trade Republic und Konsorsbank, das sind ja meine beiden Hauptdepots, die sind auch wie immer in der Beschreibung verlinkt. Da habe ich alles jetzt rausgezogen, also alle wichtigen und relevanten Daten und jetzt springen wir mal in Portfolio Performance. Dort seht ihr jetzt einmal schön in der Übersicht mein Depot und wie es sich entwickelt hat. Fangen wir einfach mal rechts an, dort stehen die meisten relevanten Kennzahlen, ihr könnt gerne pausieren und euch den Rest anschauen. Ich versuche meine Kamera irgendwie links unten in die Ecke zu quetschen, dass man hier das meiste sieht. Und zwar fällt jetzt hier schon mal direkt auf, okay, ich bin Anfang des Jahres mit 6.350 Euro gestartet und habe es geschafft, mein Depot fast zu verdoppeln. Man muss dazu sagen, Performance-neutrale Bewegung waren über 4.250 Euro, also meine ganzen Sparsummen, jetzt nur für Aktien, unabhängig von dem Lego-Depot, was noch parallel lief. Und ein Kursgewinn ist ca. 1.200 Euro. Also doch, wenn man sich auf die 6.350 Euro bezieht, eine gar nicht so schlechte Rendite. Und dazu kommen eben noch ein wenig Kurserfolge durch Verkäufe, die ich realisiert habe, Erträge, also Dividenden und Gebührensteuern. Und dementsprechend komme ich dann auf einen Endwert von 12.194 Euro und eine Rendite von 15,8%. Wenn wir jetzt ein bisschen Inflation noch reinrechnen und zum Beispiel, also die wird ja dieses Jahr etwas höher sein oder in den kommenden Jahren etwas höher sein, weil ja doch sehr viel Geld von der FED in den Markt gepumpt wird oder generell eben Geld gedruckt wird, einfach in Massen. Und dementsprechend hier die Preise, also letztendlich die Inflation einfach zuschlägt, die Preise eben sich verändern. Dementsprechend 15,8% jetzt vielleicht nicht dementsprechend, was es nach Inflation wäre, aber es ist doch schon mal ein guter Richtwert. Im Jahr davor waren wir bei 28,5%, hatte nicht den Crash. Und jetzt konnte ich nach dem Crash, also die schlechtesten Monate waren Februar und März mit 10%, also jeweils 5,4 und 5,5, also in Summe 10,9% Verlust. Die konnte ich auch wieder gut aufholen. Dann war der Oktober nochmal etwas schlechter und der November wieder sehr gut. Und summa summarum bin ich dann eben bei 15,8%. Und wenn wir uns jetzt eben schon mal den Januar und den Februar ein bisschen anschauen von diesem Jahr, sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Die Updates dazu kommen dann aber eben in den kommenden Wochen. Also gerne abonnieren, die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr auch keines der Videos mehr. Und auch gerne euer Feedback jetzt mal in die Kommentare schreiben zu der Kameraperspektive und zu dem Sound. Ich habe ein paar Sachen umgestellt. Da werden dann noch ein paar Veränderungen folgen in Zukunft. Ich versuche das hier einfach alles so laufend ein bisschen zu verbessern. Ich bewerbe ja einige Depots zum Beispiel oder andere Software in meiner Beschreibung und aus den Sachen finanziere ich eben Equipment. Das heißt, ich bin jetzt auch aktuell dabei, hier das Ganze ein bisschen hochwertiger gestalten zu wollen. Also wer hier Feedback und Anregungen hat, sehr gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber riesig freuen. Dann würde ich mal sagen, springen wir einfach mal in die, also in der Tabelle hier weiter. Portfolio Performance kennen ja die meisten von euch. Man sieht jetzt hier auch mal die Entwicklung. Man muss dazu sagen, hier S&P 500 ist der blaue. Das heißt, mein Aktiendepot lief in den vergangenen Wochen doch sehr ähnlich zum S&P 500. Dann in dem Oktober-Einbruch oder nach dem Oktober-Einbruch hat mein Depot oder ist mein Depot in etwa mit dem S&P 500 gleichgezogen. Kann man auch so unterschreiben, denn meine meisten oder die meisten Aktien von mir sind eben aus den USA und hier nicht primär Tech, sondern gemischt. Und das sieht man eben auch hieran, dass die Tech-Aktien, das sind jetzt hier die in lila, pink dargestellt, den Nestec 100, Benchmarks sich anschauen, muss man hier zu sagen. Man sieht ja hier immer die Benchmarks, also die Vergleichsindizes. Da gibt es einmal Performance-Indizes. Also ohne Dividenden und mit Dividenden, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber man sieht auf jeden Fall, dass mein Depot doch ganz gut gelaufen ist. Man, wie gesagt, ein paar Prozent mit Dividenden rausrechnen müsste prinzipiell und ist dann aber trotzdem noch besser als DAX und ein ganz normaler Wenger-DTF gelaufen wäre, aber immer noch weit unter dem Nestec. Dementsprechend ist das ja auch ein Grund, warum mein Depot sich jetzt in den letzten Wochen doch in die Richtung Tech verändert hat und wir werden dann sehen, wie sich das auswirkt. Aber aktuell bekommen die Tech-Aktien oder haben hier auch schon wieder gut auf den Deckel bekommen. Bleibt also weiterhin spannend. Genau, dann gehen wir mal weiter und schauen uns mal die Wertpapiere an. Das ist ja auch immer ganz interessant, sich die mal anzuschauen. Ich sortiere sie mal nach, ja, sagen wir mal nach absolute Performance, doch immer ganz interessant, denn die Rendite, ja, die Rendite seht ihr ja nebendran und die absolute Performance, hier sieht man klar, Apple ist weiterhin mein Spitzenkandidat, aber Aktien wie Airbus, Sixt, Fraport, die ich ja alle während des Crashs gekauft habe, die sind jetzt alle super im Plus, also da habe ich alles richtig gemacht. Einige Aktien, die hier unten sind, also Social Johnson & Johnson, ist ja eine Aktie, die im Sparplan zum Beispiel ist. Da ist es logisch, wenn ich sie jetzt gerade hier gekauft habe und die Aktie, sagen wir mal, ja, mit einem leichten Abwärtstrend, jetzt mit einem leichten Aufwärtstrend, aber summa summarum sehr seitwärts läuft, werden da keine großen Kurssprünge möglich sein. Weitere Aktien hier, die ich jetzt auch noch in den letzten Wochen eben gekauft habe und jetzt weiterhin noch im Sparplan kaufen werde, ist Tencent zum Beispiel. Fresenius habe ich aktuell komplett raus, also wird wieder in den Sparplan kommen, vor allem nachdem sie jetzt nach meinem Einschatzkurs wieder ein bisschen gefallen ist. Dementsprechend befinden sich diese Aktien hier unten und am schlechtesten eben Alibaba Group. Gut, da gab es ja den Kursabschwung, da habe ich gekauft, dann ging es noch ein bisschen runter, jetzt zieht sie wieder an, das heißt also, da dürfte ich auch bald vielleicht wieder im Plus stehen. Aber man sieht hier also, ich habe auch jetzt im asiatischen Markt einige Tech-Werte gekauft, einfach um dieser Strategie zu folgen, dass ich eben im Tech-Sektor stärker vertreten sein möchte. Genau, dann springen wir zu den Dividenden. Ich versuche, das hier alles ein bisschen schneller zu machen, einfach weil es doch sehr viel ist, was in dem Jahr passiert ist und ich jetzt kein 20-Minuten-Video abliefern werde, worauf es vielleicht dann doch hinauslaufen wird. Aber hier sieht man, dass mit der beste Monat natürlich hier der Juni war. Im Juni kamen, wenn man sich hier die Statistik anschaut, von E.ON 16 Euro und von der BASF 33 Euro. Das sind natürlich Summen, die boosten ein Depot sehr stark. Wenn man sich das vorhin angeschaut hat, liege ich so bei 115, 116 Euro Netto-Dividende, was dann auf die Monate runtergerechnet doch ein bisschen mehr als 10 Euro sind und das war ja auch meine Schätzung, so 125 bis 150 Euro würde ich gerne an Dividenden bekommen. Sind jetzt ein bisschen weniger geworden, was einfach damit zusammenlegt, dass einige Unternehmen die Dividende gekürzt haben und ich gegen Ende des Jahres eben auf Tech-Werte umgestiegen bin, die ja meist keine oder nur sehr geringe Dividenden auszahlen. Genau. Und wir sehen auch schon, ich habe jetzt das erste Mal im Jahr nur eine Dividende bekommen. Hellblau ist das Jahr 2019, Dunkelblau 2020 und Orange ist 2021. Das heißt, das erste Mal, dass ich auch im Januar Dividenden bekommen habe. Ist also ganz nett. Wenn Interesse besteht, kann ich auch mal ein Video machen, wie es jetzt mit den neuen Zielen aussieht. Also gerne einfach hier oben abstimmen. Ich hoffe, das ist die richtige Seite oder es in die Kommentare kurz schreiben. Dann mache ich gerne ein kleines Update-Video zu meinen Zielen, wenn da Interesse besteht. Genau. Dann springen wir mal weiter und schauen uns mal die Klassifizierungen an, also mein Depot, wie es jetzt quasi diversifiziert ist. Man sieht hier weiterhin, ich habe relativ hohen Cash-Bestand. Das liegt einfach daran, dass ich ETFs verkauft habe. Das seht ihr auch hier. Das war somit eine der letzten Handlungen im Dezember, denn die Aktien standen im Plus und ich hatte noch Freibeträge, die ich ausnutzen konnte. Und dementsprechend habe ich hier diese ETFs mit Gewinn verkauft und umgeschichtet ins Bankkonto und in die Bison-App. Das heißt, wie ihr seht, könnte es in Zukunft das ein oder andere Investment in Kryptowährung geben oder eine Spekulation. Ich bezeichne es extra nicht als Investment. Natürlich investiere ich Geld mit der Hoffnung, mehr rauszubekommen, aber es ist eine Spekulation. Ich habe aktuell oder ich habe damals ein paar Ripple und ein paar Hundertstel von einem Bitcoin mal besessen auf einem USB-Stick, also auf einem Offline-Wallet, nennt man das ja, und habe die jetzt mal transferiert in die Bison-App und habe dort jetzt 326 Euro liegen. Das heißt, jetzt werde ich vielleicht irgendwie in drei Tranchen, die jetzt so 110 Euro oder so, mal ein bisschen Bitcoin kaufen, einfach um zur Diversifikation, einfach um mich da ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen. Und als zweite Kryptowährung habe ich mir Ethereum rausgesucht. Ich kann auch gerne dazu mal ein Video machen, warum es genau die beiden geworden sind, beziehungsweise wenn ich sie dann kaufe, wird es sowieso einen Instagram-Beitrag und ein Video geben. Genau. Und im ETF-Bereich hat sich auch was getan. Ihr seht, es sind nur noch zwei Vanguard ETFs, und zwar jeweils die All-World ETFs, aber einmal mit dem Fokus auf Dividende und einmal einen All-World, der sich nicht auf die Dividende fokussiert, also der seine Gewinne reinvestiert, hat einen einfachen Grund. Ich habe noch meinen Freibetrag. Alles cool, das heißt, ich kann noch Dividenden kassieren, ohne Steuern darauf zu bezahlen. Aber der springende Punkt ist einfach, die Dividenden wieder zu reinvestieren, kostet mich bei jedem reinvestieren 1,5%, wenn ich es per Sparplan mache, oder per Einmalkauf aktuell 0 Euro, weil ich das Junior- oder das Young Trader Depot habe bei der Consorzbank. Also für alle vielleicht interessant, die noch nicht so alt sind, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da ist es auch verlinkt. Da könnt ihr kostenlos handeln und dementsprechend lohnt sich das, aber sobald ich ein bisschen mehr verdiene, beziehungsweise auch die Altersgrenze überschreite, werden Sparpläne auch einfach teurer. Und da habe ich mir gesagt, okay, durch die Besteuerung dieser thesaurierenden und ausschüttenden ETFs, die jetzt nahezu identisch ist, durch eine Steuerumstellung, die ist einfach gar bei ETFs, natürlich, der Staat kreift immer gerne zu, wenn es um Kapitalerträge geht, ist es egal, ob er ausschütten ist oder nicht, der einzige Punkt sind die Gebühren und Aufwand, und mir ist die Gebühren und der Aufwand einfach zu hoch, da diese 20 Euro im Jahr an Dividenden aus den ETFs zu reinvestieren, dass ich jetzt gesagt habe, ich bespare ab jetzt den ETF, der thesauriert, das heißt, ich habe keinen Stress mehr mit reinvestieren und habe noch weiter in den Dividenden ETF, der dann halt irgendwann mit Gewinn verkauft wird oder vielleicht mal aufgestockt wird, dass der mir so ein gewisses Pensum an Dividenden bringt und das macht dann macht es halt bei mir eben die Mischung, aber in dem Allworld nicht spezifisch auf High-Dividend-Aktien ist natürlich nochmal ein bisschen besser diversifiziert. Genau, dann seht ihr hier auf jeden Fall noch ein paar Aktien, ich werde auch nachher mal noch ein paar Aktien nennen, die ich kaufen möchte, einfach um hier die Diversifikation, vor allem in solchen Branchen, die etwas unterrepräsentiert sind, zu vergrößern und mein Ziel dieses Jahres ist eben, alle Aktien, die ich besitze, plus potenzielle Nachkäufe auf mindestens 500 Euro zu bringen und ich werde auch gleich darüber sprechen, wie groß denn meine Investment-Summe dieses Jahr ausfallen soll und ich werde mir auch gezielt kein Dividendenziel mehr setzen, denn ich möchte auf Wachstum gehen, das heißt ich habe Aktien, die Dividende zahlen, es gibt auch Wachstumsaktien, die eine kleine Dividende zahlen, aber das wird nicht mehr das Hauptaugenmerk sein, denn hier verschenke ich einfach wertvolle Renditen und zahle Steuern und das kann ich mir sparen, vor allem jetzt in den jungen Jahren macht es doch Sinn, viel auf Tech zu gehen, meiner Ansicht nach, um hier einfach Kursgewinne mitzunehmen. Man muss sich aber dem bewusst sein, dass auch einige dieser Tech-Aktien ein Flop sein können, natürlich, aber wenn man sich auf die großen Player konzentriert und ein paar Spekulationen mit reinmischt, bin ich der Meinung, kann man da doch eine ganz gute Balance finden und mit ein paar ETFs und ein paar soliden Aktien, die vielleicht antizyklisch sind hier, solide ihre Dividende bringen, solide ihre Gewinne einfahren, keine großen Kurssteigerungen mehr haben, aber dafür eben das Depot festlegen und dann eben ein Großteil der Technologie, der als Kurstreiber dient, bin ich doch sehr zufrieden mit dieser Diversifikation, aber immer freue ich mich über eure Tipps und es ist natürlich keine Anlageberatung, sondern einfach nur, wie ich das Ganze hier wahrnehme und wie ich es in Zukunft handhaben werde. Gut, dann springe ich jetzt mal in eine kleine Excel-Tabelle rein. Ich finde doch immer eine Excel-Tabelle, zeigt das ganz gut. So, ich habe es jetzt ein bisschen kleiner gemacht, dass man es auch am Handy besser lesen kann. Hier sieht man jetzt ganz schön, dass ich, wie gesagt, am vergangenen Jahr mit 6.350, 68 angefangen habe und hier mein Endziel erreicht habe. Ich habe ja das Lego Depot auch bis zum September weitergeführt. Danach habe ich angefangen zu verkaufen oder es einfach in meinen Lagerbestand meines normalen Reselling-Geschäfts zu übernehmen. Das heißt, da habe ich dann auch keine, ja, Veränderungen mehr dokumentiert, denn das Ganze möchte ich ja dieses Jahr neu aufziehen, aber um hier einfach nicht die ganze Tabelle zu zerschießen, habe ich quasi den Stand einfach gefreezt und an der Stelle geht es dann sozusagen in diesem Jahr weiter. Dementsprechend habe ich dann Gesamtinvestitionen von 7.600 Euro mit den Lego-Investitionen. Mein Ziel waren 6.864, damit ich in Summe, wie man es hier sieht, auf 12.500 komme, habe aber dementsprechend 13.289 erreicht. Mein Depot hat nur einen Wert von 12.194. Wie gesagt, da fallen eben dann die Lego, die ganzen Lego-Investments raus, die aber ab jetzt dieses Jahr getrennt geführt werden und ich hier keine Kursgewinne mehr mitschreibe, sondern einfach quasi dokumentiere, wie viel habe ich reingesteckt in Lego und dann am Ende des Jahres quasi, oder wenn ich Verkäufe mache, das dann als Kursgewinne dokumentiere, weil es doch bei Lego etwas intransparenter ist als an der Purs, da sieht man wirklich schwarz auf weiß die Kursgewinne. Bei Lego-Deep-Sets ist es immer fraglich, ob man jetzt auch den Käufer zu diesem Preis findet und ob die Kurse gerechtfertigt sind oder die Preise. Das war auch eine Kritik letztes Jahr, die ich natürlich dann sehr gerne umsetzen werde, um das Ganze noch transparenter zu gestalten. Dann sieht man jetzt auch hier rechts, das kann man jetzt gleich auch mal übernehmen, Format übertragen, dass ich in den letzten Monaten eben das aufholen konnte und dann halt mit über 11,5% mehr abgeschlossen habe das Jahr. Dann gehen wir mal nach ganz rechts und sehen eben auch hier die Dividende, das ist also eine Verdreifachung, ein bisschen mehr als eine Verdreifachung von 2019 zu 2020, also bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung. Mal schauen, wo wir dieses Jahr landen. 200 Euro wären schön, aber wie gesagt, ich fokussiere mich ja nicht mehr primär auf Dividenden. Und das ist dann auch schon der ganze Spaß gewesen. Im nächsten Video wird es dann gezielt nochmal um das Depot-Update 2021 Januar gehen. Das kommt dann jetzt in zwei Wochen, das heißt nächste Woche ein Lego-Depot, dann wieder ein Aktien-Depot-Video und dann wieder ein Lego-Video und das wechselt sich dann alle zwei Wochen immer regelmäßig ab. Wer up-to-date bleiben möchte, Reselling, Aktien, alles Mögliche, gerne auf Instagram vorbeischauen. Dort heiße ich Finanzeule, gerne folgen. Dort werde ich euch mit Insta-Stories auf jeden Fall versorgen. Und für all die meinen Blog noch nicht können, da könnt ihr gerne folgen. Dort werde ich einmal im Monat einen Monatsbericht veröffentlichen, in dem ich quasi einmal recappe, was in dem Monat passiert ist. Den erhaltet ihr dann auch per Mail, wenn ihr euch in den Newsletter eintragt. Also kein Spam, sondern einfach einmal im Monat eine Mail, die ihr dann lesen könnt oder auch nicht. Und darin findet ihr dann alle Videos, alle Beiträge, die veröffentlicht wurden und habt dann so eine kleine Übersicht, wie denn der Monat gelaufen ist. Wenn ihr also jetzt noch Fragen, Anregungen, Ideen habt zu Videos, einfach immer in die Kommentare, damit ein Hashtag Fragen einfach davor schreiben, also ein Hashtag Fragen, Leerzeichen dann die Frage schreiben. Dann kann ich die rausfiltern, die Fragen, kann dann eben gezielt Videos so machen und das wäre dann super, wenn ihr das machen könnt und wenn ihr Fragen habt, das dann eben so kennzeichnet. Und ja, damit beende ich dann das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen und gerne kannst du auch die Glocke aktivieren, dann verpasst du keines meiner weiteren Videos mehr. Dann wünsche ich noch eine finanziell erfolgreiche Woche. Bleib gesund, vor allem jetzt während der aktuellen Corona-Lockdown-Situation und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder oder auf Instagram in einer meiner Instagram-Stories. Auf Wiedersehen.